Hallo, in diesem Video nur ganz kurz vorgestellt, der Microsoft PC Manager. Neues Tool von Microsoft hat uns ein Zuschauer geschickt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das überhaupt echt ist. Ich glaube schon, aber irgendwie komme ich damit nicht ganz klar. Das Tool soll helfen, den eigenen PC aufzuräumen. Ist noch ganz neu, ist in der Open Beta. Wie gesagt, der Link hat uns ein Zuschauer geschickt. Aber wenn ich hier den Download-Button hier zum Beispiel sehe, Download for Free, scheint mir ziemlich klein zu sein. Gut, hier kann man das immer noch runterladen. Wenn ich dann die Webseite vergrößere, dann geht da erstmal gar nichts. Und erst wenn ich bei 200% angekommen bin, dann explodiert die quasi. Okay, machen wir das Ganze wieder rückgängig. Runterladen kann man das Ganze mit dem Button. Das ist ein aka.ms-Link. Sehe ich jetzt gerade unten links. Das ist ein Link-Verkürzer. Der soll angeblich nur Microsoft-Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Insoweit gehen wir mal davon aus, dass das echt ist. Ja, laden wir das Ganze hier mal runter. Ist nur 6 MB groß. Kann also nicht viel sein. Und da das halt der Link verkürzender war, kann ich mir jetzt hier zum Beispiel den Link, den Download-Link, wo ich die Datei herbekommen habe, kopieren. Und wenn ich das dann zum Beispiel mal hier in den Editor werfe, dann sehe ich dann die eigentliche Domain, wo ich das runtergeladen habe, war distribute-storage.blog.core.china-cloud-api.cn. Damit würde ich jetzt unter normalen Umständen natürlich nicht mehr weitermachen. Allerdings mein Lebensmotto ist, ich prostituiere mich auch sonst für alles. Insoweit installiere ich das jetzt einfach mal. Public Beta, müssen wir das hier akzeptieren. Dann können wir es installieren. Superschnelles Virus entfernen. One-Click Speedboost. Und das alles in einem 5 MB Download. Full System, super fast Virus. Okay. Okay, also, man hat es ganz kurz gesehen. Ich hätte es mir wahrscheinlich denken können. Es war in Wirklichkeit nur ein Loader, den ich runtergeladen habe. Der hat dann das richtige Programm runtergeladen. Insoweit, wo das jetzt herkommt, habe ich jetzt noch nicht beobachtet. Könnte ich zwar machen, aber wie gesagt, ist jetzt eh nur zum Anschauen. Ich werde es mir ganz sicher nicht runterladen. Und ich denke mir mal, er sehe auch nicht. So, wir starten das Teil. Ich beende das hier. Und dann schauen wir uns mal den PC Manager an. Das ist ganz recht spartanisch. Hier wird mir mein Speicherverbrauch angezeigt. Und temporäre Dateien da drauf. Und daneben der Boost-Button. Und streng genommen, ich werde da jetzt natürlich draufklicken, klar. Aber streng genommen, temporäre Dateien schaden mir nicht unbedingt. Die sind entweder derzeit von anderen Programmen in Benutzung. Dann sind sie wirklich wichtig. Oder die sind nicht mehr in Benutzung. Dann sind sie nicht mehr wichtig. Aber die liegen dann da halt nur rum. Die machen mein System nicht unbedingt langsamer. Aber trotzdem klicke ich natürlich drauf. So. Ja, 1,3 GB ist jetzt freigegeben worden. Ein bisschen Speicher ist freigegeben worden. Die Performance ist jetzt geboostet. Was haben wir sonst noch? Fangen wir mal. Block-Pop-Up Windows-In Apps. Gut. Start-Apps. Oder Start-Up-Apps. Wird mir hier gezeigt, was alles gestartet wird. Wie schon gesagt, das können wir auch alles ohne das Tool. Dazu jetzt hier unter Windows 10, unter Windows 11 wird das ganz ähnlich gehen. Ich rufe einfach mal den Task-Manager auf. Denn in dem Task-Manager habe ich hier auch den Autostart. Und hier sehe ich ebenfalls, was gestartet wird mit einer entsprechenden Differenz. Also die, die schon von vornherein von mir deaktiviert wurden, die erscheinen hier gar nicht. Nur die, die aktiviert sind, die sind noch da. Bis auf Windows Security Notification habe ich deaktiviert. Das Tool meint, das Teil ist aktiviert. Also, da nochmal ein kleiner Unterschied. Aber gut, ich könnte wahrscheinlich das ein oder andere Tool jetzt hier deinstallieren. Dann die Prozesse, die derzeit laufen auf dem Rechner. Naja, vier Prozesse. Es glaubt wohl kaum einer, dass hier nur vier Prozesse laufen. Gut, hier entsprechend aufgelistet. Wenn ich die alle sehen will, kann ich natürlich hier auch einfach auf Prozesse klicken. Da sehe ich eben den MS PC Manager. Der wird hier selber nicht mal aufgeführt. Der läuft natürlich auch. Und so weiter und so fort. Informiert werden wir hier darüber, dass wir hier nicht benutzte Prozesse beenden sollen, damit das System schneller gemacht wird. Nun, das stimmt so für sich betrachtet natürlich überhaupt nicht. Nur weil ein Programm irgendwo läuft, heißt es nicht, dass es eben das System schneller macht, wenn ich es abschalte. Weil a, warum ist es dann überhaupt gestartet? Und b, wenn das Programm im Hintergrund einfach nur da ist und nicht viel macht, dann ist auch der, ich sag mal, Durchschlag auf meinem Prozessor relativ gering. Wenn ich natürlich im Hintergrund noch Bitcoin-Mining betreibe oder so ähnlich, dann ist das natürlich ein ganz anderes Kaliber, aber sowas lasse ich ja nicht einfach aus Langeweile laufen. Ferner, jetzt hier einen Prozess zu beenden, bringt natürlich wirklich nur was für den Moment von der Beendigung bis zum Neustart des Rechners. Danach startet sich das Programm wieder ganz normal von selber, denn es ist ja eventuell im Autostart drin. Insoweit wäre es sinnvoller, wenn ich das hier beenden wollen würde. Beenden, aber danach eben auch hier deaktivieren, damit es eben nicht nochmal gestartet wird. Gehen wir wieder zurück. Storage Management. Da können wir unsere Dateien aufräumen lassen. Schauen wir mal, was er da findet. Und dann kriegen wir das Ganze hier angezeigt in der entsprechenden Übersicht. Ich hatte aber eben ja eigentlich schon gerade auf den Boost-Button geklickt. Insoweit wundere ich mich über den Kram, der jetzt hier direkt wieder da ist. Wahrscheinlich im Grunde nur noch etwas detailliertere Auflistung. Auch hier ist es nicht unbedingt sinnvoll, alles zu löschen. Zum Beispiel hier von dem Edge, wenn man den wirklich benutzt und dem jetzt eben den Cache da entfernt, dann kann es sein, dass er eben direkt bei dem Neustart diesen Cache erstmal wieder neu anlegt. Dass man das Ganze damit also eigentlich eher langsamer macht. Gut, kann sein, muss nicht sein. Die ganze Geschichte, die gibt es natürlich auch schon. Dazu öffne ich jetzt einfach mal den Explorer und habe hier mein Laufwerk C. Und klicken wir da auf die Eigenschaften. Und dann haben wir nämlich hier den Bereinigen-Button. Gut, da gebe ich zu, das hier ist schneller zu erreichen. Temporäre Internetdateien, 250 Megabyte. Die sehe ich jetzt hier nicht. Also da hat er jetzt glatt noch mehr gefunden, als er hier. Oder er will sie mir nicht zeigen, kann natürlich auch sein. Papierkorb mit 1,45 Gigabyte, das ist drin. Was haben wir sonst noch? Miniaturansichten, temporäre Dateien hat er hier 0. Und mehr kriege ich hier nicht angezeigt. Gut, also deswegen würde aber auch darüber gehen, muss man also nicht hier machen. So, ich mache das natürlich trotzdem. Hier nicht, abbrechen. Und drücke mal auf Proceed. So, jetzt habe ich 44 Megabyte bekommen. Eben stand da eigentlich, ich würde 50 Megabyte bekommen. Also ein bisschen mehr, aber gut. Damit haben wir das ja. Manage Large Files. Okay, das könnte interessant sein. Machen wir das einfach mal. Ja, gucken wir überall nach, ob irgendwo große Dateien zu finden sind. Ah, dann wird in Wirklichkeit der Explorer geöffnet und mit dem entsprechenden Suchergebnis gefüttert, damit er jetzt hingeht und die entsprechenden Dateien findet. Okay, damit wird dann nochmal deutlicher, dass das streng genommen dann nur ein Shortcut ist für den Explorer, aber trotzdem für viele Nutzer eventuell ganz sinnvoll. So, gehen wir mal hier zurück. Ich kann hier meine Anwendungen deinstallieren, aber auch das konnte ich vorher schon in Windows. Auch hier wird einfach nur der entsprechende Link zur Verfügung gestellt, der dann aufgerufen wird. Storage Sense. Und jetzt, was haben wir hier? Na, die Speicheroptimierung. Ja, haben wir auch. Automatisch nach 30 Tagen soll das gelöscht werden. Ja, das haben wir auch. Gut, abschließend klicken wir dann hier unten nochmal auf Security. Dann können wir unseren Rechner direkt scannen. Windows Update ist verfügbar. Browser Protection. Pop-Up Management. Pop-Up. Das soll neu sein. Enable. Okay. Du wüsst jetzt gerne, welche Windows-Apps er da meint, die Pop-Ups haben. Aber ich benutze auch keine Windows-Apps im Großen und Ganzen. Ich benutze nur normale Programme. Die Browser Protection hier. Standard Webbrowser ist der Firefox. Und ich kann offenbar hier einen Blocker setzen, damit der eben nicht geändert werden kann. Gut, auch da, ich gehe davon aus, das hätte ich auch vorher gekonnt. Fade to Load Microsoft Defender. Warum auch immer. Ich weiß nicht, habe ich den hier abgeschaltet? Wie dem auch sei. Also gut, soviel zum Thema PC Manager. Nochmal, er ist in der Beta. Muss man nicht als erstes haben. Sie können darüber nachdenken, ob man es überhaupt braucht. Okay. Okay. k Vielen Dank.